Hallo und herzlich willkommen zu dieser TDP-Folge von The TRI Podcast. Und heute geht es weiter mit Star Trek Discovery. Jo, ganz genau, ich fasse ja quasi die dritte Staffel zusammen. Und in der heutigen Folge gehen wir quasi Folge 5 bis Folge 10 durch. Da habe ich mir mal wieder zu jeder Folge Notizen gemacht. Und die arbeite ich jetzt quasi pö ab pö ab vorweg. Okay, muss ich hier erstmal gucken. Ich habe ja hier meine Standardfragen, diese 18 Fragen. Die werde ich jetzt nochmal wiederholen, auch damit ich nochmal reinkomme, damit ihr nochmal reinkommt. Und mal schauen, ob wir dafür dann am Ende meiner Zusammenfassung von diesen nächsten 5 Folgen von Star Trek Discovery schon Antworten haben. Was ist denn hier noch offen? Punkt 2, die Borg. Immer noch nichts. Ja, scheiße. Ich darf ja jetzt noch nichts über die 10 oder die weiteren 5 Folgen sagen. Erstmal geht es ja nur um die generelle Bestandsaufnahme. Was natürlich logisch ist in diesem Podcast. Ich kann es sehr gerne nochmal erwähnen. Hashtag nur Werbung, nur Sponsert. Und vor allem, es gibt Spoiler. Ganz klar, es ist eine Zusammenfassung. Also das sollte eigentlich zum Teil auch logisch sein. Okay, die Borg ist eine offene Frage. Das war die zweite Frage. Die dritte Frage ist, andere Serien Personen aufgreifen oder irgendwie einbauen. Einbauen, Geschehnisse von Star Trek PK eventuell auch noch einbauen und so weiter. Dann der vierte Punkt Q könnte eventuell zurückkommen. Vielleicht auch das Kind von Q. Die Spocks Geschichte hat sich jetzt eher... Warte mal. Ne, scheiße. Da trete ich ja quasi wieder vor. Scheiße, das ist blöd. Spocks Geschichte. Welche Zeitlinie es ist? Entweder von Film 13 oder halt von The Next Generation. Androiana, Einfluss auf Discovery, Ende von Andromeda könnte vergleichbar mit Discovery haben. Ja, ich habe halt, wie gesagt, das ist bei mir noch in Klammern gefasst. Ich habe Andromeda, die Serie, noch nicht weiter geguckt. Stromquelle auf Planeten, eventuell auch etwas aus Delizium. Das ist meine Frage. Neun gewesen. Die zehnte ist Star Trek, Discovery, Star Trek. Verhunzen, kaputt machen, eventuell durch jetzt diese 930 Jahre in der Zukunft. Das ist immer noch eine leicht offene Frage. Dann habe ich hier noch eine andere Frage, ob alle Schiffe sich tarnen können in der Zeitlinie. Das ist irgendwie immer noch eine offene Frage, würde ich mal behaupten. Oder keine Ahnung. Sehen wir dann. Was habe ich denn hier jetzt alles? Wieso ist es jetzt hier auf einmal? Ist Folge 2? Ist hier noch irgendwas Offenes? Okay, hier steht noch keine Antwort nach Folge 5. Essensreplika. Hatten sie zum Teil schon... Wie sieht es das in der Zukunft aus? Die originale Enterprise hatte dies nicht gehabt. Achso, die Essensreplikatoren. Das ist halt auch eine seltsame Sache, dass die Discovery das hat. Und rein theoretisch hatte das die originale Enterprise nicht gehabt. Das ist nur eine offene Frage. Da kann ich gerade schon... Den hier, da gehen wir dann nochmal später drauf ein. Das ist nur eine offene Frage. Die Discovery hatte circa Max Warp 7 gehabt. Somit wäre sie nur mit diesem Antrieb viel zu langsam für die jeweilige Zeit. Tja, das war noch was. Ich hielt mir schon von meinem Block hier die Seiten kaputt. Was ist das hier? Das können wir uns mal wegschmeißen. Das ist durchgestrichen. Das ist durchgestrichen. Das ist durchgestrichen. So. Ja, ich muss immer gleichzeitig aufräumen. Achtung, wir machen mal ein bisschen ASMR. Achtung. Oh, Blätter zerreißen. Achtung. Meine Fresse. Sorry, lol. Ja. Hat Michael nicht Datenbank an die Geschichte? Das ist noch ein offener Punkt. Hier ist alles durchgestrichen. Kann es sein, dass der Symbiont aus DS9 ist? Achso, stimmt. Naja, das ist immer noch nicht so ganz, dass die gleiche drin ist quasi. Wieso habe ich denn hier so viel? Ich weiß nicht, ob das euch jetzt so krass stört. Ob das jetzt so eventuell unvorbereitet rüberkommt. Aber ganz ehrlich, ich finde es gerade auch ganz interessant. nochmal so ein bisschen, ja, minimal uninformiert. Da nochmal ranzugehen. Nochmal seine Gedanken ein bisschen aufzufrischen. Auch für euch natürlich. Nö, 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 nö. Das ist auch nichts mehr. So, hier bin ich durch mit dem Block. Ja, mit dem Block bin ich durch. Der gefällt aber auch schon leicht auseinander. Den gehen wir dann nochmal am Ende drauf ein. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, hier geht es doch los mit Folge 6. Da wollen wir doch mal richtig starten hier. Ja, vorweg habe ich irgendwie noch einen wichtigen Punkt. Rombolama, Entschuldigung. Rombolana haben kein Delizium. Die fliegen anders. Eventuell neue Großmacht oder sowas geworden. Habe ich mir hier notiert gehabt. Das muss man sich nochmal, da gibt es irgendwie bei, oh Gott. Ich glaube bei TNG gab es da eine Folge. Ich bin mir aber unsicher, dass die quasi nicht mit Delizium fliegen. Und somit werden die ja von diesem Brand recht großstarkig aus, also ausgeschlossen. Und wie ich hier schon beschrieben habe, sie könnten so zu einer neuen Großmacht werden. Aber laut Ende von Star Trek 10 und auch der Serie PK sind sie ja quasi mit der Föderation verbündet. Ja, das ist eine Frage, was da so passiert ist. Gut, fangen wir an mit Folge Nummero 6. Okay, scheinbar hat die Discovery endlich ihr langersehntes Upgrade bekommen. Interne programmierbare Materie. Freischwebende Gondeln. Effizienz erhöht. Okay, da fliegen halt die Gondeln irgendwie frei. Keine Ahnung, was das jetzt so alles noch so bringt. Nächstes Upgrade. Schilde und Angriff steht bei mir immer noch ein Fragezeichen. Darauf wurde nicht weiter eingegangen, was mich echt ein bisschen wundert. Ey, wie gesagt, man hatte glaube ich in der, wo sie auf der Erde waren, ein Angriff, ein Torpedo aus der Zeit, zack, Schilde weg. Also irgendwie, irgendwie, dass dieses Upgrade, was die da in der sechsten Folge so leicht erwähnt, ist mir noch zu wenig. Und was ist denn hier noch? Was habe ich denn hier? Aufgabe der Kapitäne. Keine Ahnung, was diese Notiz soll. Neues Abzeichen ist ein Kommunikator, Tricorder und Transporter in einem. Also das Star Trek Logo hier an der Brust. Gut gemerkt, dass es jetzt 3 in 1 ist. Auch nicht schlecht, ja. Wieder leicht die Zukunft. So, was haben wir dann als nächstes? Es geht in dieser Folge quasi um Blackboxen vom Brand zu finden, von diesem Delizium-Brand, genau. Booker ist in Gefahr, scheinbar in einer Gefangenschaft und muss, Lady Discovery muss eigentlich auf Abruf bleiben. Philippa Giorgio, blutiger Rückblick, irgendwas mit Klingonen. Ja, sie hat irgendwie so Flashbacks, genau, genau. Okay, aus irgendeinem Grund kommen sie dann. Das ist scheiße, das ist echt krass. Ich kann mich nur noch so halb an die Folge erinnern. Sorry, wenn es jetzt nur so meh ist, eventuell. Aber es sollte ausreichen. Auf jeden Fall, die letzten 3 Folgen habe ich noch gut im Kopf. Ja, sie müssen dann irgendwie, also Philippa und Michael fliegen dann quasi ohne richtige Erlaubnis zu diesem Raumschiff, Friedhof, Handelsplatz, wo halt Booker irgendwie in Gefangenschaft ist. Was soll denn das hier? Alten, alten Phase von Voyager und so weiter. Phase, 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 check ich nicht. Was habe ich denn damit gemeint? Vielleicht fällt es euch ja ein, ich habe keine Ahnung. Check ich gerade irgendwie echt nicht, falls es euch einfällt. Zu diesem Podcast gibt es natürlich wieder ein YouTube-Video, quasi nur zum Hören. Und dort haben wir eine schöne Kommentarspalte, wo quasi jeder was reinschreiben kann. Und vielleicht wisst ihr, was ich damit gemeint habe. Naja, Booker wurde somit dann gefunden. Es war eine quasi, es wird ein Arbeiter irgendwie abgeschlachtet, weil irgendwie so Kraft fällt und nicht fliehen und bla bla bla. Die Trill, unsere neue, aus Folge 4, wie er das herzlicher vereint, führt Selbstgespräche. Da gab es noch eine kurze Szene mit ihrem damaligen Vorwirt und somit auch vor Freund, Beziehung etc. Sie hat, also diese Trill, die ist ja 16 oder so in der Serie, die hat den Sporenantrieb, das Interface, etwas geändert gehabt, dass es nun einfacher ist für den Steueringenieurmann. Ich vergesse manchmal echt die Namen, Entschuldigung. Genau. Booker hat gewartet, mit anderen Gefangenen, um quasi irgendwie eine Art Flucht vorzubereiten. Philippa Giorgio hat den Aufseher oder sowas. Toll. Das habe ich nie geschrieben. Philippa Giorgio hat Aufseher oder sowas. Hm, ich glaube, abgelenkt. Trill und Maschine Haupttyp sind Freunde geworden. Achso, der Maschinen Haupttyp, also der Ingenieur, der quasi den Sporenantrieb fliegt. Genau, die sind quasi Freunde geworden. Book und Michael küssen sich. Uh, da haben wir die erste Kussszene von denen, glaube ich, zumindest. Die Romance ist in der Serie schon mal vertreten. Saru, der Käpt'n, gibt Michael als Strafe bis wird. Das ist schon vorbei. Habe ich hier irgendeine Seite vergessen? Nö. Okay. Gut, daran kann ich mich noch dran erinnern. Also es gibt halt ein kleines Handgemengel, die viele der Flüchtlinge plus Book plus Michael plus die Imperator und die Georgia können fliehen. Sie hinterlassen auch an dem Planeten ein paar Torpedos hinter sich, damit die sich nicht hinterherfliegen können. Und dann sind sie halt wieder in diesem Föderationsblase, Hauptquartier, Schildblase. Und ja, Saru, der Käpt'n, gibt Michael als Strafe, weil das Vertrauen missachtet wurde. Denn sie ist ohne irgendwas, sie ist ja zweiter Offizier, zweiter Mann, zweite Frau, mit Philippa, weil sie eh immer die Regeln bricht. Zusammen mit dem Schiff von Book quasi zu Book, zu diesem Strafplaneten geflogen. Das Schiff von Book kam automatisch zurück mit der Katze an Bord, genau. Und ja, weil dieses Vertrauen zwischen Saru, dem Käpt'n und Michael missachtet wurde, wird sie quasi gekündigt als Nummer zwei. Sie ist nur noch Wissenschaftsoffizierin. Sie wurde somit degradiert. Schon eine krasse Sache. Das kam so in Star Trek eigentlich bis jetzt, wenn ich mich so dran erinnere, nur bei Raumschiff Voyager vor, bei, ach, wie heißt denn der Steuermann? Fuck, ich komm nicht auf den Namen. Der Steuermann von Voyager, der wurde mal degradiert hat, aber am Ende der Serie wieder seinen anderen Rang wieder bekommen oder irgendwie sowas. Michael akzeptiert die Strafe und nimmt das Abzeichen ab. Krass. Ja, das ist, glaube ich, eine etwas härtere Folge. Was habe ich hier noch? Wie häufig wird Michael noch gekündigt degradiert? Ja, das kennen wir ja von ihrer Karriere. Passiert immer häufiger. Kleiner Witz am Rande. Wer wird die neue Nummer zwei? Vielleicht Tilly? Gut, das war die Folge sechs. Arsgeier. Kurz erklärt. Minimale Informationen, leichtes Handgemengel. Jetzt nicht groß was zum Hauptding dazu beigetragen. Leider, leider nicht. Ja. Außer, dass wir halt wissen, dass die Discovery jetzt irgendwie geupgradet worden ist. Dass quasi diese Blackboxen für den Brand benötigt werden und dass Booker quasi eine gefunden hat. Gut, machen wir weiter. Folge sieben. Wiedervereinigung Teil drei. Gut. Das ist meine erste Notiz hier. Die lese ich jetzt mal so vor, wie sie hier steht. Michael und Book poppen. Geile Idee. Ja. Michael hat Zweifel, was sie ist. Sternenflotte oder Solo-Abenteuerin. Ja. Es stellt sich heraus, dass sie alle drei Blackboxen brauchen, um etwas zu entschlüsseln. Der Brand wäre auf allen drei Schiffen zu einem unterschiedlichen Zeit. Genau. Sie haben halt herausgefunden, dass diese drei Blackboxen, sie haben, also Michael hat glaube ich, bevor die Discovery kam, schon eine geholt, Booker hat glaube ich, die dritte gehabt, woher die zweite kam, whatever. Zumindest haben sie drei Blackboxen. Sie haben dadurch herausgefunden, dass quasi die Zeit nicht so ganz stimmt. Sie haben, ja, dass die Explosionen nicht wirklich simultane sind. Es sind ein paar Millisekunden dazwischen. Und das ist halt sehr, sehr interessant. So. Genau. Und sie brauchen halt mehr Informationen, darum fliegen sie nach Vulkan. Bam, bam, bam. Jetzt, 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 jetzt brauche ich. Perfekt steht hier doch schon alles. Müssen wir noch den richtigen Stift nehmen. Sie fliegen nach Vulkan, aber Vulkan heißt nun Niva. Und das liegt daran, dass sich die Romulaner und die Vulkaner als Volk wieder vereint haben. Durch Spocks Auswirkung. Somit erfahren wir gleichzeitig, dass wir nun in der Geschichte von Spock in TNG sind. Nicht in der Spock-Geschichte von Film 13. Es gibt quasi kein Neu-Vulkan, etc. pp. Nun steht es definitiv fest. Klar, man kann das natürlich auch schon vorher gewusst haben. Weil der und der produziert das, etc. pp. recht und bla bla bla. Und dann erklärt sich quasi auch meine andere Frage. Hier sehen wir Vulkan. Ja, wir sehen Vulkan halt als Niva. Toll. Muss man jetzt mal auf diesen Namen kommen. Spock hat es geschafft. Vulkaner und Rombolaner wieder zu vereinigen. Ja, das ist meine Notiz hier. Habe ich ja gerade erwähnt. Spocks Teilheit ist nun TNG. Habe ich gerade auch gesagt gehabt. Genau. Vulkanier und Rombolaner haben vor 100 Jahren die Föderation verlassen. Krasser Scheiß. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig, ja. Die Vulkanier waren quasi die allerersten, die quasi sich mit den Menschen vereinigt haben. Mein nächster Punkt ist SB19. Mein nächster Punkt ist SB19. Reiseportal vor dem Brand, da der Lithium knapp wurde. Genau. Das war irgendwie ein Forschungsprojekt von den Vulkanern, Schrägstrich-Rombolanern. Risiko war zu groß, wurde eingestellt von der Föderation und wenn man denkt, dass NIVA denkt, dass die Föderation glaubt, dass sie sie zum Brand getrieben haben. Also es gibt halt, deshalb hat halt NIVA, also Vulkanier und Rombolaner Föderation oder Kooperation zusammenleben, halt den Vertrag oder dass sie halt nicht mehr zur Föderation gehört, halt gekippt wegen dem Brand, wegen, ja, keinem Vertrauen mehr gegenüber. Und wie gesagt, die NIVA hat quasi versucht, eine neue Art des Fortbewegungs zu machen mit diesen Portalen und das war der Föderation zu riskant. Ausschnitt von Spock aus TNG. Also, Leonard Nimoy, kürzer Einblick, gut gemacht. Michael hat sich die, was? Michael hat sich die Vergangenheit von Spock nie angeschaut. Interessant. Tilly wird Nummer 1. Oho, krass, krass, nicht schlecht. Okay. Ähm, Wiedervereinigung von Vulkaniern und Rombolaner durch Brand geschwächt. Und, ja, das wird in der Folge, die müsst ihr euch echt mal geben, nicht ziemlich interessant. Das ist eine sehr interessante, wie nennt sich das, Bevölkerungsart und Weise. Es gibt halt, wie gesagt, die Dadi, da die Vulkanier, da die Rombolaner, da die, die quasi Spocks Lehren weitergeben. Dann auch irgendwelche Schlichter und so, damit dieses Konstrukt irgendwie funktioniert. Das ist schon hochinteressant. Es ist halt auch echt, da könnte man jetzt noch lange irgendwie drüber reden, diskutieren, etc. Weil ja die Rombolaner ja quasi ihre Gefühle zulassen. Wut, etc. pp. Aber die Vulkanier ja eigentlich nicht. Und wie das jetzt bitte schön passen soll, ist eine gute Frage, ja. Okay, die Daten, also die haben halt, also die haben ja auch nach dem Brand geforscht und etc. Und das könnte halt Michael und so weiter helfen, die wollen die Daten erst nicht rausrücken. Michael fragt nach einem Takal-Teket, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ein philosophischer Rat wird einberufen. Michael muss ihre Brandinfos in einem Rat unter Beweis stellen. Große Diskussionsrunde hier. Wie unterscheidet man beide, Vulkanier und Rombolaner, Logik, Schräg, Schräg, Gewalt habe ich hier so, oder Pfeil habe ich hier geschrieben. Es gibt eine offene Gruppe, eine Art Orden, habe ich das hier richtig abgeschrieben, Qua, Wot, Milat. Alles, da wird halt alles offen berät. Also die geben halt, und diese Qua, Wot, Milat, das ist halt irgendwie so eine offene Gruppe. Ja, die, die, ja, wie kann man das nennen? Es wird wirklich offen, alles auf den Tisch gelegt. Also, es wird jeder, jeder kleine Gedanken, jeder Mensch wird ein bisschen so auch auseinandergezogen, nenne ich es jetzt mal. Also wirklich, ja, aber du denkst so, weil du so und so denkst und deswegen denkst du so und so. Und deswegen hast du jetzt dieses und dieses Vorurteil. Und das wollen die halt quasi offenlegen, dass jeder sich mit irgendwie versteht und jeder sich in den anderen hineinversetzen kann. Ich glaube, ich habe das gerade gut erklärt. Michael darf nicht verlieren, sonst wird sie als unglaubwürdig, Entschuldigung, als unglaubwürdig betrachtet. Und Spocks Vermächtnis ist in Gefahr. Michaels Mutter ist der Beistand. Sie lebt, ist meine Notiz. Und das ist diese Kuat Milat, also dieser Ordensbeistand. Und somit sieht man, Michael Vernons Mutter lebt. Somit geil. Ja, also Auswirkungen etc. Von hier, Star Trek Staffel 2 Ende, der ganze Engel, also Star Trek Discovery Staffel 2, die ganze Engel-Atonologie, nenne ich es jetzt einfach mal, hat funktioniert. Michaels Mutter ist nicht in eine Zukunft gereist, wo kein Mensch oder kein Lebewesen mehr gelebt hat. Sie ist in eine Zeit quasi gekommen, wo sie quasi weiterleben kann. Ja, wohlgemerkt. Das Wohl von vielen, Sprichwort, ruhen lassen etc. Das wurde mal kurz erwähnt, ist echt wieder lustig. Was habe ich hier geschrieben? Da bei der Knappheit von Delizium auf kleine Welten nicht gedacht wurde. Aha, das Wohl von vielen ist wichtig, das Wohl eines Einzelnen. Das Sprichwort, ich weiß nicht, wer das da gerade irgendwie erwähnt hatte. Aber da wird halt irgendwie darauf eingegangen, hier wie gesagt, dass auf kleine Welten in dieser Krise nicht eingegangen wurde. Ei, 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 ei. Die erste Verhandlung, ohne Erfolg. Verhandlung wurde verlegt. Nee, vertagt, Entschuldigung. Michael soll sich extrem krass öffnen, habe ich hier geschrieben. Zweite Verhandlung. Mutter haut alle drei Punkte gegen Michael raus. Befehlsverweigerung beim Klingonkrieg. Letztes und plus unsicher beim Föderation zu sein und so. Ja, also Vertrauliches, was man quasi der Mutter gerade noch so gesagt hat, hat man ja hier in den letzten Notizen gehört gehabt. Michael weiß nicht, ob sie bei der Föderation bleiben soll oder nicht. Wegen der Degradierung ist er halt da ein bisschen in Gedanken gekommen, ja. Und ja, diese krasse Offenheit ist ziemlich krass in der Folge, kann ich nur nochmal hier beziffern. Steht da auch nochmal so. Michael versucht das Unmögliche. Was? Genau. Immer wieder zu lösen, mit Hilfe der Discovery. Michael hat Angst, etwas falsch zu machen. So viel, wie sie alle erreicht haben. Sie will niemanden verlieren. Sie zieht zurück, um den Frieden zu bewahren. Das ist, das ist schon nicht schlecht. Ja, zwischen Vulkanern und Rombolanern, ja, das zeigt schon Eier. Da zeigt Michael wirklich Eier, wenn man es mal so sagen darf. Das Risiko ist es wert, sagt die Präsidentin und sie bekam die Daten, ja. Und ja, gut. Trotz, dass sie zurückgezogen hat Michael, sie hat die Daten bekommen. Michaels Mutter sagt dir noch irgendwas. Du weißt immer ganz genau, wo du mich findest. Wow, okay. Tilly wird überrascht von ihren Kollegen und sie soll Ja sagen zu dieser Beförderung zum ersten Offiziers Nummer 1. Genau, und Tilly holt so ein bisschen und wird quasi Nummer 1. Buck bleibt da, um mit Michael halt zusammen zu sein irgendwie. Also Buck hat da, glaube ich, auch so gedacht, mit ihr irgendwie, mit seinem Schiff irgendwie wegzuflattern, nenne ich es jetzt mal. Genau, und das war die Folge 7. Die Folge 7 heißt ja Wiedervereinigung Teil 3. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kürze die Wiedervereinigung Teil 2 bei TNG, wo Teil 1 ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Kommen wir zu Folge 8, das Schutzgebiet. Blackout von der Terrarinarin Philippa Giorgio. Was steht da? Keine Überprüfung vom Arzt. Also sie werden häufiger, kann man damit sagen. Ein Gerät, welches auf atomarer Ebene alles, also den Körper untersucht, wird halt benutzt, um irgendwie da was zu sehen. Ja, so ganz, was so ärztlich jetzt möglich ist, ist jetzt nur das so zur Sicht bekommen. Dass es quasi ein Gerät gibt, was wirklich atomar den Körper untersucht. Ja, Osaira, die quasi Anführerin von der grünen Spezies, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber von der Smart-Kette, möchte Buck ausgeliefert bekommen, weil seine Heimat wird gerade von ihr angegriffen. Oder will halt angegriffen werden, Buck bekommt halt von seinem Bruder ein Notsignal. Bei diesem Gefängnisplaneten wird der Aufseher währenddessen von diesen Trance-Würmern über Osaira getötet. Der Brand, Ursprungsort, ein Nebel, von dem ein Signal ausgeht. Hörbar, klingt nach dieser Musik, die wir auch schon in den anderen Folgen immer mal wieder gehört haben, dieser gewisse Song von den letzten Folgen. Der Käpt'n entschlüsselt es. Er ist ja Käpt'ianer, können besser sehen, hören, etc. pp. Mithilfe des Computers, taka taka. Es handelt sich um eine Föderations-Not-Signal. So, das ist schon mal der eine Punkt, wir kriegen immer so ein paar Häppchen über den Brand, ist immer wieder schön. Transmensch will mit der oder den angesprochen werden. Zwischen dem Ingenieur, ich vergesse den Namen immer, und dieser Trill passiert quasi nicht nur eine Freundschaft. Man sieht auch später in den Folgen, dass es quasi so eine Art Vater-Sohn-Verhältnis ist. Ich darf ja nicht Tochter sagen. Also sie ist körperlich, weiblich. Ich kenne mich jetzt in dieser Szene und wie man das jetzt richtig benennt. Ich will auch niemanden auf den Schlips treten. Transgender, Transmenschen, wie man das jetzt auch immer nennen mag. Aber interessant, dass sie jetzt als Transmensch mit der oder den angesprochen werden will. Das ist schon mal auch so, nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch aus Star-Trek-Sicht, sehr wichtig. Muss angesprochen werden, muss thematisiert werden. Und schön, dass das endlich mal in eine Serie reinkommt, ja. Ich hoffe, es ist auch für die Gruppe gut vertreten gewesen. Ich schätze schon, also würde mal sagen, ja. So, Captain sucht als kleinen Witz am Rande so ein paar Wörter, die er so als Captain, als Catchphrase benutzen kann, ja. Ausführen im Deutschen und im Englischen sagt er Execute. Und ich bin mir echt unsicher, welcher Captain das eventuell auch schon mal benutzt hatte. Was zur Hölle, was habe ich hier geschrieben? Ach so, der blaue Androianer will gehen. Das ist einer der Gefangenen, den sie vom Gefangenschaftsplaneten mitgenommen haben, den Booker gerettet hat. Dieser blaue Androianer heißt Rin. Book trifft seinen Bruder. Leichter, aggressives Treffen. Osyra will Rin, den Kriegsverbrecher. Ihr Schiff greift die Oberfläche an. Damit sich die Föderation nicht einmischt und ein Krieg zwischen ihnen und der Smarag-Kette entsteht. Sollen sie halt quasi nur als Beobachter da sein. Wird Booker, und dazu kommt noch dazu, wird Bookers Schiff genommen mit der Pilotin der Discovery und Rin an Bord. Weil Rin kennt quasi diesen Schlachtkreuzer von Osyra. Die Pilotin will manuell steuern. Geile Scheiße. Und dann kommen natürlich auch Hashtag NoWerbung. So zwei schöne, ja, Kriegsteuerknüppel nenne ich es jetzt mal. Schwebend. So wie bei einer HTC Vive. Jo, fand ich ganz cool. Sie schaffen es, das Waffensystem zu zerstören. Das gegnerische Schiff liegt oder fliegt. Und die Föderation wird bald die Smarag-Kette kennenlernen. Oh, oh, oh. Betrohung. Feind. Bild neu. Feind. Schöne Schlacht. Hätte mal wieder was. So ein schöner, schöner kleiner Krieg. Oder eine größere Schlacht. Eine größere Schlacht reicht mir schon aus, ja. So, weiter geht's mit Book und seinem Bruder. Da gibt's eine kleine Kampfszene mit einer Versöhnung. Dann sind da auf diesem Planet irgendwelche Tierchen, so fliegende Glühwürmchen, Pflanzen. Ich kann es nicht so ganz verstehen. Und mithilfe der Discovery, also beide Brüder machen halt irgendwie so ein, die haben ja so, sind ja Empathen. Und Empathen kennen wir oder ich schätze mal die meisten allerhöchstens aus Avengers und natürlich den Guardians of Galaxy mit dieser einen Empathin. und Empathen, das kennt man noch zu wenig aus Serien und Filmen, würde ich mal behaupten. Und Empathen können halt mit der Natur und halt auch mit Gefühlen so irgendwie umgehen, ja. Und beide Brüder, Book und sein Bruder scheißt gerade drauf auf den Namen, die Empathen halt gerade zusammen in so einem Chor und die Discovery verstärkt das Signal, schickt das ins Meer und diese Tierchen fliegen da dann hin. Und ergeblich waren diese Tierchen in irgendeiner Form eine Plage, die es schon seit über 100 Jahren auf diesem Planeten gibt. Fragt mich nicht was. Sie greifen nicht an, aber es sind zu viele in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung. Und sie konnten sie schon immer in irgendeiner Art und Weise leicht steuern, aber nicht so krass steuern wie jetzt mithilfe der Discovery, weil die da irgendwie das Signal halt ins Meer geballert haben. Rin wusste etwas. Ja, deshalb wollte diesmal Kettle ihn wiederhaben. Und diese Information hat Rin dann quasi, äh, ja, Tilly gegeben. Und nur er und Tilly weiß darüber, dass quasi, jetzt kommt's, die Smaragd-Kette bald kein Delizium mehr hat. Bam, bam, bam. Book bleibt auf der Discovery und will ihnen helfen, weil ihr, ihm, seinem Heimatplanet, wurde ja quasi durch die Discovery geholfen. Das war Folge 8. Weiter geht's. Jetzt kommt ein Zweiteiler. Folge 9 und Folge 10, Terra Firma, Teil 1 und Teil 2. Fangen wir mit Teil 1 an, aber wieso ist Teil 2 gerade in meinen Notizen hier oben drüber? Ich schlag mich tot hier. So, tschakka, tschakka. Na, wir kommen da schon, kommen doch gut voran hier. Der Doc und dieser Wissenschaftler von der Föderation, den man schon in der ersten und glaube ich, nee, in der, ich weiß nicht mehr, in der fünften, also da, wo sie halt diese Bubble, diese Schildblase von der Föderation, der, der Aufenthaltsort gefunden haben. Da ist halt auch dieser ältere Herr, dieser Wissenschaftler. Und die beiden untersuchen halt quasi dieses, dieses, ja, von was Georgia, also Philippa, die Imperatoren, hat quasi. Und da wird quasi ein Zeitsoldat gezeigt, der quasi auch das Ähnliche hat wie Georgia. Das Interessante an diesem Zeitsoldat ist, dass er quasi die Uniform von TNG hat, also The Next Generation. Das passt aber nicht so ganz zusammen, wenn er Zeitsoldat ist. Das spielt ja quasi 2800, 2700 irgendwie sowas. Ich finde, wie gesagt, ist mir aufgefallen, die Uniform passt nicht. Es fehlt so viel mehr Hintergrundinformation, warum genau diese Uniform. Das Ergebnis ist quasi, dass Georgio ist aus einer anderen Dimension plus eine Zeitreise mit plus 930 Jahren in die Zukunft. Dadurch wird ihr Körper, beziehungsweise ihre Teilchen, wieder in ihre Zeit. Und beide Dimensionen sind zuzüglich sehr weit auseinander getrifftet in ihren Geschehnissen. Und ja, ihr Körper, ihre Teilchen wollen wieder zurück in ihre Zeit, in ihre Dimension. Passt halt nicht. Und durch die Zeitreise in die Zukunft ist halt diese, ja, diese Blackouts, dass sie auch irgendwie ihre Hand, sie kann kein Glas mehr graben, weil ihre Hand so zu Teilchen wird. Also es ist schon cool gemacht. Ja, genau, habe ich als nächsten Punkt, wird zur Hand, bla bla bla. Genau. Dann wird hier nochmal, sehr interessanterweise, gibt es halt quasi eine Unterhaltung mit dem Käpt'n Saru, dem Admiral, etc. pp. Und mal wieder der gute alte Satz. Das wohl von vielen ist wichtiger, als das wohl von Einzelnen. Und Saru will eigentlich nicht der Philippa helfen, weil der Gegenstand, der es mag, hätte jederzeit kommen könnte. Und ja, dank der Hilfe des, also der Wissenschaftler von der Föderation sagt, es gibt keine Heilung, bla bla bla. Aber unser Doktor hat ja hier den Computer mit der Sphärendaten von 100.000 Jahren plus die neuen Daten quasi von, ja, von der Föderation. Und damit mit Hilfe finden sie quasi einen Planeten, der Giorgio helfen könnte. Ja, dieses, was mir gerade wieder so auffällt, dieses Upgrade des Schiffes macht irgendwie immer noch so wenig Sinn. Sie müssten natürlich auch viel größere Speicherbänke jetzt bekommen, ja, oder auch generell, dass sie überhaupt damals das speichern konnten, diese Sphärendaten von hunderttausenden Jahren. Das ist ohne Worte, wie die das hingekriegt haben, keine Ahnung, das ist noch so ein bisschen meh. Ist mir gerade auch aufgefallen. So, genau. Das Interessante ist hier, da dachte ich, es kommt noch was. Leider kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Es kam leider nichts. Denn dieser Planet liegt am Rande oder in der Nähe vom Delta Quadranten. Scheiße. Leider keine Voyager-Anspielung. Verdammt. Weiter geht's. Beim Planet hat Giorgio eventuell ihre Waffe in ihrem Körper, nicht an ihrem Körper, sondern in einer unsichtbaren Tasche teleportiert. Also es irgendwie so schlüppt weg, wenn man das genau hinguckt. Und das sieht so aus, wenn man den Film Ultra Violet kennt. Da sind ja auch die Waffen und die Munition in so einem Armbändchen, Portal öffnet sich dann so ein ganz kleines Löchelchen, wo dann so die Munition rein und raus geht, so tacka, 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 tacka. Und das sah da halt gerade so aus. Ich kann schon mal vorwegnehmen, auch für Teil 2 wurde nicht verwendet. Also sie nimmt halt irgendwie eine Waffe mit, die irgendwie so schwuppdiwupp verschwindet. Mal sehen, ob diese Technologie irgendwann in der Zukunft nochmal, also in den zukünftigen Folgen eher gesagt, nochmal eingesetzt wird. Ist ja auch interessant, wie so generell so die Waffen der Föderation gerade sind. Auf dem Planeten erscheint ein Mann mit einer Zeitung. Auf dieser Zeitung ist quasi Georgios Tod deklariert, der morgen stattfinden wird, kurioserweise. Und eine Tür quasi, ein Portal. Der Mann ist ein bekannter Schauspieler aus Criminal Minds etc. PP, CSI, kennt man bestimmt. Er ist aber, muss man zugeben, er ist wieder einen Tick mehr gealtert. Ja, leider. Er heißt Karl. Ich habe hier in Klammern geschrieben, vielleicht Q, weil mir kam es so rüber, weil er kam aus dem Nichts etc. Ich kann aber sagen, nein, es ist immer noch nicht Q, es ist was anderes. Darauf komme ich dann quasi noch in meinen späteren Notizen zu, Folge 2. Also Teil 2. So, hier wurde jetzt irgendwie das Signal entschlüsselt, denn irgendwie haben die da irgendwas mit Algorithmus gemacht und hin und her, tralala mit der Trille und so weiter. Und ein Doktor, Frau Doktorin Isa von der KSFKF, eine Kelpianerin, hat diesen Notruf abgesetzt. So quasi kleiner Notruf. Sie sollten quasi in dem Nebel ein Gebiet zur Delizium-Entstehung aufsuchen etc., was mitten im Nebel liegt. Irgendwie sowas. Ja, und das Kuriose ist, dass es halt vor gut 100 Jahren passiert und das Signal wird immer noch ausgestrahlt, was halt seltsam ist. Dass da überhaupt noch welche leben, keine Ahnung, etc. Giorgio durch die Tür. Also Giorgio geht durch diese Tür, was halt dieser Karl da geöffnet hat. Karl, was hast du getan? Eine Tür erschaffen? Ich hoffe, da liegen keine toten Menschen mit Händen drin, also mit nicht vorhandenen Händen. Kleiner Witz am Rande. Interessanterweise wird Giorgio geht durch die Tür. Sie kommt quasi in die Vergangenheit in ihr Spiegeluniversum, also in ihr reale Zeit aus ihrer Sicht betrachtet. Interessanterweise in die Vergangenheit auch noch, habe ich ja gerade gesagt, im Zeitraum des ersten Aufstandes. Giorgio ist auf der Discovery angekommen und Captain Tilly, also dort wird sie Killy genannt, steht vor ihr bla bla bla. Es ist der Tag, wo Gabriel Lockhart und Michael Giorgio, die Imperatorin, stürzen wollen. Jetzt kommt was richtig Geniales, das habe ich mir sogar ganz genau notiert und aufgeschrieben. Sekunde. Die Imperatorin wird vorgestellt. Ihr kompletter Titel, ihr kompletter Name wird gesagt. Ihre imperiale Majestät, Mutter des Vaterlandes, Lensherr von Vulkan, Dominus von Kronos, Regina, ich brauche Licht, ne das steht da nicht, Andorie, Imperatorium Philippa Giorgio, Augustus, Naponius, Centaurius. Meine Fresse, was ein Name, ey. Das fand ich cool. Ey, aber hast du eine Ewigkeit. Wie redest du die Person an? Für nur einen Doktor- und Professortitel. Das sind halt hier Kronos, ist halt halt Klingon, Vulkan ist klar, Mutter des Vaterlandes ist die Erde, was jetzt Regina an Dorie heißt, ist bestimmt auch irgendein Planet, schlag mich tot, etc. Ist aber echt cool. Giorgio rettet Saru, denn er wird halt irgendwie, er richtet ihn hin. Futter, etc. Es gibt dann noch später, dass sich Sicherheitsoffiziere gegenseitig bekämpfen. Und da, ja, weil es ist halt so, ich will deine Stelle haben, also muss ich dich töten, bekämpfen und so halt. Das Lustige ist halt, dass halt dann die Imperatorin dann sagt, ihr könnt euch später töten. Genau. Dann wird quasi eine Präsentation gezeigt, so von dem Leben, so ein bisschen, Kriegsleben von der Imperatorin. Und die Präsentation zeigt danach, wird der Vorhang aufgemacht und man sieht die Jaron, also dieses Schiff mit diesem Myzenkern von Staffel 1. Und jetzt weiß ich auch, wie dieser Ingenieur, der auch immer durch das Myzennetz heißt, denn hier habe ich es hingeschrieben, ist Stamens. Und genau der greift die Imperatorin an. Doch sie weiß es natürlich, was passiert und deshalb tötet sie ihn. Genau. Keine Ahnung, da habe ich hier mal für die Sicherheit hingeschrieben, ob das eventuell Auswirkungen auf Staffel 1 hat, denn ist das Ganze nur eine Wiederholung oder doch eine Zeitreise mit Auswirkungen, habe ich hier geschrieben. Da kann man schon mal sagen, vorweg, bevor ich es vergesse, nein, es ist quasi nur eine Art Blick in eine Richtung, würde ich es jetzt mal benennen. Wir sehen es noch am Ende. Michael wird von der Imperatorin geschnappt. Michael gibt den Verrat zu. Aus ihrer Sicht steht sie immer als Schatten hinter der Imperatorin. Gabriel respektiert Michael mehr. Michael wartet auf ihre Hinrichtung durch die Imperatorin. Sie tut es aber nicht. Georgiou, Tod wäre quasi ein einfacher Weg. Georgiou weiß, wie die Geschichte ausgeht. Michael stirbt. Georgiou stirbt. Und zu diesem Zeitpunkt steht unsere Zukunft noch nicht fest. Das sagt quasi Georgiou. Ich weiß, ich habe das jetzt nicht ganz so geil rübergebracht, aber passt schon. Hauptsache, der Input ist da. Michael kommt in die Argonie, Volltaktkammer, also in diesen runden Zylinder-ähnlichen Käfig, wo man dann Schmerzen ohne Ende bekommt. Meine Fresse. Und das war quasi Terra Firma Teil 1 von Staffel 3, Folge 9 quasi. Jetzt kommt Teil 2. Taki, taki, taki. So, wohin mit den Notizen? Warte mal, muss ich hier noch irgendwas aufdecken? Nö, habe ich ja eigentlich gesagt gehabt. Weiter geht's. Michael wird leicht gefoltert. Und sie verrät von einem Aufstandsgruppe quasi. Und das ist interessant. Das Rumbulana, Androianer, Tellariten, Klingon schmieden eine Allianz gegen das Imperium. Sie nennen sich die Koalition. Deobulana und Regiliana und Korydantiten werden sich ihnen anschließen demnächst. Michael will, dass Giorgio jetzt angreift. Achso, dieser Gruppe quasi. Tilly soll Michael foltern, weil sie ist ja die bla bla bla. Ja, der ist ja so ein Zusatztitel, ich komme noch nicht auf den Namen. Sie soll sie foltern und brechen, aber am Leben lassen. Dann habe ich hier geschrieben, Michael wirklich gebrochen. Denn sie fängt an, alle Verräter, die in ihrer Gruppe waren, ungefähr 10 bis 20 Personen zu töten. Da sind natürlich jetzt auch die ganzen anderen Gesichter dabei, in irgendeiner Form verknüpft von der Discovery. Da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein. Und ich habe halt dahinter noch geschrieben, ob Michael wirklich gebrochen ist. Sehen wir gleich in meinen Notizen. Die Imperatorin erklärt Saru, das war Harai. Er soll es überleben, viel Vertrauen, bla bla bla. Ja, also man merkt, dass die Imperatorin schon ein bisschen netterer geworden ist, durch die Zeit in unserem quasi Universum. Nenne ich es jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier? Ähm, eine verschüsselte Nachricht an Picard wurde hier geschickt. Wieso haben die hier den Namen Picard benutzt? Zufall, ich habe keine Ahnung, es wurde genannt. Es macht nur null Sinn, dieser Name, dieser Zeitlinie und dem Spiegeluniversum überhaupt zu benutzen. Und ich bezweifle, dass Picard Vorfahren haben, die quasi auch wie er Picard heißen. Und es geht quasi darum, dass diese Nachrichten an Lockards zweiten Mann gingen. Interessanterweise fliegt hier die Discovery mit Warp 9, wo ich mir so dachte, äh, ist das überhaupt möglich? Das passt irgendwie auch wieder nicht. Zum einen müsste diese Discovery auch in irgendeiner Variante einen Sporenantrieb haben, wo ich mir ein bisschen unsicher bin. Müsste, dafür ist das Schiff ja gebaut. Man hat zwar noch diese, ja, War oder wie die jetzt heißt, mit diesem Lymphozyten-Gedönskern, naja. Aber so generell, es macht keinen Sinn, denn Warp 9 ist eigentlich zeitbetrachtend eigentlich eine spätere Sache. Man müsste sich jetzt nochmal generell die Star Trek-Filme oder generell The Original Star Trek angucken. Ich glaube höher als Warp 7 ging das quasi nie. Das ist halt hier mal wieder so ein kleiner minimaler Fehler, würde ich mal sagen. Weiter geht's. Ja, das Interessante dazu, wenn man ihre Flashbacks anguckt, weil sie ja weiß, was passiert in ihrer originalen Zeitlinie. Also die erste, die sie erlebt hat, die wir aus Staffel 1 quasi kennen, hat die Imperatorin quasi Michael auch in einer Form getötet gehabt. Also wiederholt sich quasi in irgendeiner Form die Geschichte hier. Jetzt können wir hier mal ein bisschen ausholen. Wenn es ums Zeitgedöns geht und Dimension und so ein Zeug, ja, es gibt Konstanten und es gibt variable Sachen und Sachen, die quasi zeitlich immer gleich bleiben, egal in welcher Dimension man ist. Man kennt das von Bioshock Infinite, ja. Manche Sachen bleiben immer gleich, egal was passiert und andere Sachen verändern sich. Manche minimal, manche krasser, ja. Es gibt quasi immer eine, wie nennt man das, eine festgelegte Sache. Dass Michael quasi immer stirbt, ist scheinbar in dieser Zeitkonstellation meistens immer der Fall, egal wie man sich verhält. Die Imperatorin schläft ein und wacht bei Karl und Michael in der richtigen Zeitlinie wieder auf. Dort ist eine Minute vergangen, während bei Georgia quasi drei Monate vergangen sind. Und somit sehen wir quasi, dass es quasi keine Auswirkungen hat, auf ihr oder auf ihre Vergangenheit, auf ihr jetzt entweder in der Gegenwart zu sein sein. Hui, ja, Zeit. Wer ist Karl? Der Hüter der Ewigkeit, nennt er sich. Georgia hat immer noch Probleme, im Hier und Jetzt zu sein. Also ihre Hand so bla 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 und ihr Gesicht und die Teilchen lösen sich quasi auf oder gehen so weg und wieder dran. Und Karl ist quasi, er ist quasi ein Raumzeitportal, nennt er sich. Bringt mich nicht durcheinander, sagt er. Und dann kamen die temporalen Kriege und alle haben sich gegenseitig umgebracht und wollten ihn missbrauchen für ihre, ja, Richtung quasi. Die, die jetzt irgendeine Gruppe im Zeit-, im temporalen Krieg halt wollte. Genau, und deshalb hat sich quasi Karl versteckt. Oder ist halt weit weggegangen. Buck hilft beim Zugriff auf das Schiff im Nebel. Irgendwas Technisches etc. pp., was er halt kennt als Kurier. Georgiou hat die Prüfung bestanden. Sie hat sich anders entschieden, mehr in Richtung des Friedens, so sagt es Karl. Das Portal wird geändert in eine passende Zeit für Georgiou. Ein herzzerreißender Verabschiedung zwischen Michael und Georgiou entsteht. Georgiou erzählt von irgendjemandem namens Sun. Keine Ahnung, ob der nochmal aufgegriffen wird. Äh, blablabla, was mach ich denn mit der Notiz bitte? Ich weiß nicht, ob Sun vielleicht noch nochmal irgendwie, ähm, noch in dieser Staffel aufgegriffen wird. Keine Ahnung. Georgiou rät Maike, dass sie Potenzial hat, Käpt'n zu sein. Woho. Im Bericht steht quasi eine Berichterstattung an den Admiral wegen dem Kalpianerschiff im Nebel. Gibt's halt quasi, tatatat, so eine kleine Unterhaltung. Und am Ende, am Ende der, der zehnten Folge gibt's quasi eine Gedenkfeier an Georgiou. Und sie wurde quasi als tot beziffert. Und hat halt der Käpt'n jetzt so entschieden gehabt, ja. Und somit war das quasi die zehnte Folge. Und damit das Ende. Und war schon ganz gut, der Zweiteiler. Ich hätte mir, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen mehr erhofft, weil es ja um Terra Firma ging. Ich hätte das schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob es zu heftig gewesen wäre, wenn man das jetzt verstrickt hätte. Quasi wirklich in beide Zeitlinien oder irgendwie sowas. Aber es ist ein interessanter Ansatz und vor allem Karl fand ich einen interessanten Ansatz, quasi noch einmal eine Art Wesen zu sehen, das schon ziemlich stark ist. Ist aber noch nicht so stark wie Q, aber ziemlich stark, ja, mit diesem Zeitgedöns. Jetzt gehen wir nochmal alle meine offenen Fragen zum Abschluss durch. Borg steht immer noch nicht fest. Auf andere Personen, Star Trek, PK etc. eingegangen wurde immer noch nicht. Q ist immer noch nicht gekommen. Spock-Sache wurde endlich, endlich beantwortet. Es fehlen quasi nur noch diese Fragen hier, die sind so. Also auf der Seite habe ich ja nur noch drei Fragen übrig. So, das Andromeda-Ding lassen wir mal weg. Die Stromquelle auf dem Planeten wurde noch nicht gesagt. Und ja, wir sind jetzt wieder fünf Folgen weitergegangen. Wie sehe ich das denn jetzt aus dieser jetzigen Sicht mit der Serie, Discovery macht eventuell Star Trek verhunzt, kaputt, etc. pp. Also wir hatten zumindest schon einmal einen kleinen, leichten Einfluss, zumindestens auf hier TNGs, Box-Auswirkungen. Also es wurde schon ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht machen sie das tatsächlich nur häppchenweise. Also würde ich es in dieser Sicht, aus der jetzigen Sicht, als kaputt bezeichnen. Noch nicht. Aber ich bin mir halt unsicher. Würden sie jetzt quasi für Leute, die halt quasi die anderen Serien besser kennen, quasi so mehr Punkte reinbringen? Was weiß ich, noch mehr über die Trill, noch mehr über Deep Space Nine, da nochmal ein Häppchen mehr, da nochmal ein Häppchen mehr. Ob das nicht dann eventuell, aber auch nur eventuell zu viel Information ist. Dass es vielleicht Neueinsteiger in Star Trek vielleicht ein bisschen abschreckt, dass man da so viel Hintergrundinformation wissen muss. Dass sie da quasi versuchen, mit dieser dritten Staffel irgendwie eine Balance zu halten. Das ist mir noch aufgefallen, ja. Sonst, ob sich alle Schiffe tarnen können, weiß ich immer noch nicht. Und ob sich dieses Curry tarnen kann, das wurde auch nirgends gesagt. Bezweifle ich auch ein bisschen. Das mit den Essence App Replikatoren wurde immer noch nicht beantwortet. Muss ich mir mal hier notieren. Ja, das mit Warp 7 und der Geschwindigkeit ist klar. Und sonst, ja, ob Michael Wörn nicht irgendwie eine Datenbank von der Geschichte hat. Ja, hat sie halt rein theoretisch. Aber erst jetzt durch, auf der Discovery und dank der Daten der Sphäre von diesen 100.000 Jahren. Aber so wirklich, dass man da mehr erfährt, erfährt man nicht so wirklich, ja. Habe ich hier noch was? Dass man irgendwie mehr über den Symbionten von DS9 erfährt, habe ich nicht. Hier habe ich irgendwie, habe ich das beim, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang der Folge erwähnt habe. Ich lese das hier nochmal durch. Was ist denn das hier? Beim Erdenbesuch muss doch jemand die letzten hunderte von Jahren an Geschichte weit mitbekommen haben. Was ist damit? Irgendwie Klammern. Nein, wenn sie darauf nicht eingehen, wäre dies ein verschenktes Potenzial, quasi auf andere Serien eingehen, etc. Das ist halt nochmal die Sache, weil es ist halt, vielleicht ist es echt wahnsinnig schwer, diese Balance zu halten zwischen alten Serien und neuen Serien und Auswirkungen und Geschehnissen von alten Serien. Aber ganz ehrlich, eigentlich wünsche ich es mir so ein bisschen. Vielleicht, ja zum einen können sie es, machen sie es vielleicht auch absichtlich so, um quasi mehr Staffeln noch zu kreieren zu können. Dass sie quasi nicht komplett ihr Pulver verschießen, ja. Da habe ich halt immer noch stehen, ob Q oder Qs Kind am Brand schuld ist, keine Ahnung. Lassen wir mal außen vor. Aber eigentlich, sie müssen, nochmal so, weil ich hier halt so viele Fragen gerade habe, mal so die drei wichtigsten Fragen. Die Borg müssen in irgendeiner Varianz vorkommen, definitiv, irgendwie, irgendwann, wenn nicht, zur Not in der vierten Staffel. Q muss eigentlich irgendwie vorkommen. Und das dritte ist eigentlich, dass sie irgendwie auf Voyager, auf Deep Space Nine, auf TNG. Na, auf TNG haben sie ja quasi schon so minimal berücksichtigt. Und auf die Serie PK irgendwie mehr Einfluss nehmen, irgendwie so ein echt geiles Easter Egg einbauen. Wenigstens so, ja, 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 wäre echt eine coole Sache, genau. Gut, das war's, würde ich dann mal sagen. Ja, wir sehen uns dann quasi, oder Entschuldigung, wir hören uns dann quasi, wenn die letzten fünf Folgen von Star Trek Discovery rausgekommen sind. Wann würde denn das sein, die zweite, die zwölfte Folge, wir haben zwei, ich gucke ja gerade vollkommen falsch. Und das wäre die elfte, die zwölfte Folge wäre am 1.1.13.14.15. Also ab dem 22.1.2021, ja, da, da endet dann quasi das Curry Staffel 3. Genau, da bin ich mal gespannt, wie sie das da zu Ende bringen sollen. Laut News und so habe ich aber auch schon gehört gehabt, dass es irgendwie einen ganz krassen Bösewicht in der kompletten Staffel geben soll. Ja, der wird halt auch langsam aufgebaut, ob das jetzt diese Osaira ist. So ganz böse kam die mir jetzt auch nicht rüber. Ich fand ihr Make-up jetzt nicht so ganz so geil irgendwie. Okay, ich würde sagen, es reicht doch jetzt erstmal auf. So im Ganzen und so und im Groben. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuhören. Das war The Try Podcast TDP mit der Folgennummer schlag mich tot. Ich habe gerade keine Ahnung. Supergeil, super vorbereitet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüss.